Die dritte Tochter der Ingalls-Familie aus Unsere kleine Farm, Carrie, wurde von 1974 bis 1982 von den eineigen Zwillingen Lindsay und Sydney Greenbush dargestellt. Die beiden wurden unter dem Darstellernamen Lindsay-Sydney Greenbush geführt. Doch wie geht es den Zwillingen heute, Jahre nach ihrem großen Serienerfolg? Lindsay und Sydney waren nach Unsere kleine Farm nur noch in einer weiteren TV-Rolle zu sehen. 1988 schlossen die beiden die Highschool ab und beschlossen, sich komplett aus dem Schauspiel-Business zurückzuziehen. Lindsay Greenbush hat aus einer früheren Beziehung eine Tochter und zwei Stiefkinder. In den letzten Jahren arbeitete sie mit Pferden und unter anderem auch als Hausverwalterin. Mehr ist über den Unsere kleine Farm-Star nicht bekannt. Von Sydney Greenbush gibt es keine aktuellen Bilder. Auch privat gibt es kaum was über sie zu finden. Laut der Fan-Seite The Greenbush Twins züchtet und trainiert sie heute Pferde auf ihrer Ranch. Der Haüst-Sydney Greenbush muss man Lenker reunion mit 아니에요. Untertitelung im Auftrag desだet het d 부분들 về den STAR